Ehrenamtliches Engagement ist für das Funktionieren unserer Gesellschaft unverzichtbar. Es stärkt aber auch den solidarischen Zusammenhalt, sei es in Vereinen und wohltätigen Organisationen. Und das ist gerade in Zeiten aktueller Krisen von enormer Bedeutung. Ich danke allen, die sich ehrenamtlich engagieren. Mein besonderer Dank gilt aber den vielen Personalvertreterinnen und Personalvertretern, Betriebsrätinnen und Betriebsräten sowie Vertrauenspersonen für ihren großen Einsatz. Sie sind für das Funktionieren unserer Gesellschaft unverzichtbar.